Mit stark überhöhter Geschwindigkeit war am Dienstagnachmittag ein PKW-Lenker in Riff in der Stadt Hallein unterwegs. Die Polizei wurde auf den Mann aufmerksam und stoppte ihn. Er hatte 4,14 Promille Intus, doch damit nicht genug. Der 26-Jährige konnte auch keine gültige Lenkerberechtigung vorweisen. Nach dem positiven Alkofortest verweigerte der Mann die Alkomat-Untersuchung. Daraufhin nahm die Polizei den Autoschlüssel des stark alkoholisierten an sich und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Alko-Lenker wird unter anderem wegen Verweigerung des Alkomat-Tests sowie Lenkens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt.